Die Kosten FA 1 Viertel R zahnarztliche Behandlungen kann ihn in verschiedenen Laiendern stark variieren. Besonders bei komplizierten Eingriffen wie einem Wurzelkanal kann es zu erheblichen Preisunterschieden kommen. In diesem Video werden wir uns genauer mit den Kosten FA 1 Viertel R einen Wurzelkanal in Europa im Vergleich zur Tha 1 Viertelerei befassen. Europa gilt als einer der teuersten Orte FA 1 Viertel R zahnarztliche Behandlungen. Die Preise FA 1 Viertel R einen Wurzelkanal kann ihn je nach Land und Zahnarztpraxis stark schwanken. In Deutschland beispielsweise kann ihn die Kosten FA 1 Viertel R einen Wurzelkanal schnell mehrere hundert Euro betragen. In anderen europäischen Laiendern wie den Niederlanden oder der Schweiz kann ihn die Preise sogar noch herher sein. Im Gegensatz dazu hat die Tha 1 Viertelerei in den letzten Jahren einen bedeutenden Anstieg im medizinischen Tourismus erlebt. Viele Menschen aus Europa kommen in die Tha 1 Viertelerei, um qualitativ hochwertige zahnarztliche Behandlungen zu deutlich niedrigeren Preisen zu erhalten. Der Tha 1 Viertelerei wird nachgesagt, dass sie eine gute Balance zwischen Qualität und Preis bietet. Die Kosten FA 1 Viertel R einen Wurzelkanal in der Tha 1 Viertelerei sind im Vergleich zu Europa erheblich geeinviertlänstiger. In den Groenstädteen wie Istanbul oder Antalya liegen die Preise oft nur bei einem Bruchteil dessen, was man in Europa zahlen mal ein Viertel SST. Dies liegt zum Teil an den niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lahninen in der Tha 1 Viertlererei, die es den Zahnerärzten ärmer glichen, ihre Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Da Ra 1 Viertel BER hinaus investieren viele Tha 1 Viertlerkische Zahnerärzte in modernste Ausstattung und Technologien, um ihren Patienten erstklassige Behandlungen zu bieten. Dies FA 1 Viertel HRT dazu, dass viele europäische Patienten mit der Qualität der zahnarztlichen Versorgung in der Tha 1 Viertlerkai sehr zufrieden sind. Die Zahnerärzte in der Tha 1 Viertlerkai sind oft gut ausgebildet und sprechen in der Regel fliehend Englisch oder sogar Deutsch, was die Kommunikation mit internationalen Patienten erleichtert. Allerdings sollten Patienten, die eine zahnarztliche Behandlung in der Tha 1 Viertlerkai in Betracht ziehen, auch einige Dinge beachten. Zum einen sollten Sie sicherstellen, dass die Zahnarztpraxis, die Sie auswahlen, A 1 Viertel BER alle notwendigen Zertifizierungen und Qualitätsstandards werfe 1 Viertel GT. Es ist wichtig, dass die Behandlung unter hygienischen Bedingungen durch Gefahr 1 Viertel HRT wird und dass die verwendeten Materialien von hoher Qualität sind. Da Ra 1 Viertel BER hinaus sollten Patienten die zusätzlichen Kosten wie die Reise- und Unterkunftkosten Bera 1 Viertel Gsichtigen, die bei einer Behandlung im Ausland anfallen kann ihn. Obwohl die Behandlung selbst gar ein Viertlenstiger sein mag, kann ihn die Gesamtkosten durch diese Faktoren immer noch herher ausfallen als erwartet. Es ist ratsam, im Wohraus eine genaue Kostenaufstellung zu erhalten, um unangenehme AU-Eberraschungen zu vermeiden. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Tha 1 Viertlerkai eine attraktive Option F A 1 Viertel R Patienten aus Europa darstellt, die eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig erschwingliche zahnarztliche Behandlung suchen. Durch den Vergleich der Preise F A 1 Viertel R einen Wurzelkanal in Europa und der Tha 1 Viertlerkai kann den Patienten eine fundierte Entscheidung treffen und die F A 1 Viertel R sie beste Option wählen. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Option Sorgfalt TG abzuwaggen und sich gut zu informieren, bevor man sich F A 1 Viertel R eine Behandlung entscheidet.